Apfelkirchen, da komme ich ja gar nicht irgendwie hin. Wie komme ich da hin? Kannst du es uns hier probieren? Ich will mir den nur anschauen, oder die, ich habe keine Ahnung, wenn ich überhaupt da hinkomme. Nur eben die Rüstung testen. Nur kurz die Rüstung testen. Ihr kennt mich mal. Mann. Ja, mal kurz die Rüstung testen. Sechs Stunden später oder so. Ganz kurz, ja. Ich weiß noch, bei dem Roguelike Assassin's Creed DLC. Geh mal kurz die Rüstung testen. Ein paar Stunden später. Alles klar, Danny. Schlaf gut. Ich habe auch noch ein schönes Restwochenende. Kurz ist Definitionssache. Ja, kurz ist bei mir anscheinend mehrere Stunden. Geh, rechte Seite! Äh, was ist mit dir? Was willst du jetzt von mir? Äh, hallo. Ja, cool. 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 Dann greifst du ihn nur an, Mann. Der hat Mund gerufen, pass auf, ja. Fauliger Knoblauch-Atem. Dann greifst du ihn nur an, Mann. Ich riech' den Knoblauch bis hierher, so wie Lisa, alter. Aber Freya kann doch nichts mehr alleine, seit sie dich nicht mehr jagt. Im Grunde versucht sie mich in Kämpfen zu sabotieren, damit ich sterbe. Ich seh' schon die Taktik. Und Mimir ist ihr heimlicher Unterstützer, der mich dann zuquatscht. Ich seh' schon. Das ist die Taktik, also. Die beiden haben sich irgendwie hier verschworen. Äh. Ich wollte ja eigentlich nach oben und nicht nach unten, aber ist okay. Hab die letzten zwei Tage auch Knoblauch gegessen. Knoblauch ist auch geil. Da ist wieder irgendwelche Party unten. Kehlkopfgesänge. Ja. Ist das Yami? Da ist noch einer. Da ist irgendwo da oben. Ich verarschen. Achja. Ich hab' da oben ja hin. Hm. Ach. Aina. Ach. 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 Das ist cool, ne kleine Abkürzung. Oh, yeah. Na, die mag ich ja auch. Feuer und Eis. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Was ist die Lachen? Warte, 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 warte. Ach man ey, diese scheiß Kuh. Ähm, wow, ist aus ihren Spawnpunkt weg, toll. Das mag ich ja. Ja, 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 ja. Ja, die ist wieder zu ihrem Kampfpunkt. Ich drücke mal den falschen Knopf. So, da gucke ich gleich mal. Ach, hier geht's auch sogar weiter. Und wieder den falschen Knopf. Yeah, Liss im Kampfmodus. Äh. Ja, 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 ich bin auch richtig gut darin. Schriftrolle und hier wurde jemand aufgespießt. Das ist nicht mein Speer. Ich schwöre, das ist nicht mein. Ich finde schon, was? Das ist mein Speer? Ey! Also, dass du gut kämpfst. Ah. 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 Kann ich auch noch nicht machen. Oh. Kann ich doch machen. Ach, leck, Mio. Wusste ich nicht, dass das geht. Äh. Noch einer? Hier wahrscheinlich nicht. Ah, da. Dann hätte ich die auf dem Berg oben auch schon öffnen können. Blut, Mead. Hab ich noch Mead? Nein, ich hab kein Mead mehr. Ich hab die Flasche leer getrunken. Okay. Hey! Wenn man hier spielt, dann muss man Mead trinken. Man muss sich anpassen. So, wo geht's jetzt hier raus? Kann ich überhaupt hier noch raus? Oh. Ah. Noch ein Gedicht von Quasir. Eine tödliche Geschichte von Bluttriefen im Elend. Ja, das nennt sich gegen Berserker kämpfen. Heraufbeschworen von mir. Quasi. Töten, krepieren. Ja. Verwunden, lamentieren. Bluten und sterben. Aufschlitzen, verlieren. Gedicht über mich. Das ist ein Gedicht über mich geschrieben. Von heute. Das finde ich ja sehr nett von dem. Warum ist noch ne Kiste? Geht denn hier ab? So viel Loot? Was ist denn hier? Oh Böser Treffer, bist du in Ordnung, Kratos? Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Du brennst, Kratos! Alter! Oh, cool. Das Feuer hat mich jetzt gekillt. Der kam jetzt gerade unerwartet. So, ja. Das war wunderbar. Oh, ja. Cool. Zum Zuschauen ist der Boss Rush hier mega geil. Weil ich leide. Ich leide. Ich meine die Klöten. Ich habe gerade Schmerzen. Der arme Kerl. Der ist so groß. Ich weiß nicht. Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Ich will einfach nur erkunden und krieg hier die ganze Zeit... Ja. Genau das. Ich sehe deine Schwachstellung, aber die zu treffen ist nicht so einfach. Ich stelle das hoch! Naja. Schmerzen gaspüren! Ich bin die �itzenden! Hä? Hä? pea? Bart muss Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. Ich weiß nicht, für wen die Gefangenschaft schlimmer war. Für ihn oder für mich. Immerhin hattest du ja ein Gefängnis mit Aussicht. Kopf von Hellboy. Nein, das ist vielleicht Liebe. Und nur zuzusehen, wie die Tage vorbeiziehen, das wünsche ich niemandem. Ja, hier war Tier gefangen. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich geh um die Ecken und werd hier überrascht von was weiß ich für Kreaturen. Ich liebe es. Ich find's ja geil, weil du bist hier mal langgelaufen. Wir kennen diesen Ort ja eigentlich schon. Und dann kommt er einfach, surprise, surprise. So was mag ich. Das macht's dann interessanter und wird nicht langweilig. So, jetzt bin ich hier wieder. Wir laufen den Weg im Grunde einfach nur andersrum. Und dann weiter. Da kriegt Schläge. Haha. Mit Seite eigentlich noch? Varyal ist nochmal. Bitte was. Nee. Was? Ach, Freya, halt doch einfach dein Maul. Bitte. Bitte. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Dort, dort drüben. Dort. 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 Ich muss mich wieder an Nachtschicht gewöhnen. Ich bin am Start. Topfit. Ich verabschiede mich, aber mal wieder schön mit euch. Alles klar, Antichristianus. Dann schlaf schön und hab morgen eine ruhige Schicht. Ah, Montag. Weil eigentlich ist ja jetzt Sonntag. Ach man, ich bin auch verwirrt. Wie komme ich denn jetzt da? Passt schon. Ja, dann ist gut. Umgekehrte Psychologie, Liz. Merk schon. Ach, hier war ich auch schon drin. So, so. Ich hoffe, der Weg ist richtig. Weiß es gar nicht. Halten Sie L1 gedrückt und drücken Sie Kreis, um die Fähigkeit der Reliquie zu aktivieren. What? Okay. Aha! Schwebende Laternenkerze. Stimmt, der fliegende Holländer, der da lagst. Was er im Sportsocken spinnt. Ich glaube noch da hoch. Danke für den Follograd. Ich weiß gar nicht, ob ich hier wieder zurückkomme. Ja, den Weg umsonst gelaufen. Das wäre kacke. Ich sehe aber keinen Weg nach oben. Ich bin von Davy Jones. Oh Mist. Ich glaube, ich komme hier gar nicht nach oben. Das ist schwierig. Ich bin irgendwo hier drinnen. Ja gut. Hm. Also muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Die Musik nebenbei ist richtig cool. Ja, da komme ich jetzt nicht raus. Ob es hier nur einen anderen Ausgang gibt. Ich mag es, wie Kratos immer die anderen vorgeht. Gehen lässt. Nur als Köhler. Ich meine. Das ist cool. Ich nicht. Was zieht sie denn schon wieder? Da oben oder was? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Aber ich komme hier einfach nicht mehr weg. Oh no. Was ist denn da oben? Aha. Da oben ist was. Ich kann da hin. Gute Nacht, Brownie. Ja, ich habe ein Tor gefunden. Ich bin gerettet. Oh. Portalriss. Da ist ein Baby drin. Komm zu, Papa. Papa Kratos. Du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Oh. Oh nein. Ich habe dich beleidigt. Oh nein. Du hast ihn wohl verletzt. Tja. Ich glaube, das ist nicht das passende Werkzeug. Willst du mich jetzt verarschen? Was soll denn das jetzt schon wieder heißen? Brauche ich jetzt schon wieder ein anderes Werkzeug oder was? Ah, ich kann einfach durchballern. Das ist cool. Ich dachte jetzt, ich brauche schon wieder irgendwas anderes. Oh. 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 Komm, ein bisschen Leben erhöhen. Gib, gib, gib Apfel. Ja, ja. Wie viel brauche ich noch? Eins von fünf. Oh. Ja, also doch kein Leben erhöhen. Alles klar. War wohl noch ein bisschen. Ah, schön. So, wo führt mich das jetzt hier hin? Mhm. Ich muss mal kurz schnauben. Moment. Ich muss mal kurz schnauben, ich muss mal kurz schnauben, ich muss mal kurz schnauben. Und der ist auch immer. Achtung, hinter dir! Ja, ist ja gut. Scheiße. Ich sollte einfach mal meine Klappe halten, aber ich kann nicht. Dann alles nass, klebrig. Was? Hey, das hat Erza gesagt, okay. Wirst du, wirst du dich heute informieren. Ja, guck mal, ich bin jetzt hier gerade in einer nassen Höhle. Versuchen jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Das kenne ich hier gar nicht. Oh, wie süß bist du, Dean? Oh, guck mal, diese großen Augen. Wie süß! Oh, naja. Hatte süße auch. Ja. Oh, ist immer süß! Oh nein! Oh, ist das der Ausgang? Cool. Ich muss aber nochmal rein, weil... Da gab's anscheinend noch einen Weg. Oh, das war's. So, schauen wir mal kurz. Schön gründlich. Okay, mehr gibt's hier nicht. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Rage bekommen. Und ein kleines bisschen Loot. Hat sich ja doch gelohnt. Ach, das sind Fledermäuse da oben. Ich wundere mich die ganze Zeit, was hier so rumfiept. Quietscht. Oh, wie süß! Und weg. Es hat zu süß in meine Axt geschaut. Ich konnte nicht widerstehen. Weißt du, was das Schlimme ist? Wir sind sehr nah bei dem Berserker. Okay. Ja. Loot, loot, loot! Banner hocken auf. Erfolgreiche Präzisionswürfe erhöhen eine Zeit lang den durch den Eingriff mit bloßen Händen verursachten Schaden. Das ist auch geil. Aber ich kämpfe sehr selten, nur mit bloßen Händen. Weil's halt nicht so viel Schaden macht. So. Oh, genau da unten ist die Scheiße. Okay. Scheiße. Ah ja. So, da oben gab's ne Kiste, da kam ich ja nicht ran. Darum löschen jetzt auf einmal die ganze Zeit die Lampen. Äh, wo war'n das? Krathos. Krathos, ich sehe etwas. Ja, ist das. Was siehst du denn schon wieder? Wo, wo ist sie denn? Ist da oben. So. Krathos. Was? Was siehst du denn? Ah, Feuer. Wenn du das jetzt hier meinst, ja, das weiß ich selber. Oh. Hm? Okay. So. Okay.